Hier haben wir eine Premium-Suite für vier Personen, Kabine SB. Hier eine super schöne. Matthias, zeichn uns das mal kurz. So, hier ist dann erstmal ein großes Badezimmer. Mit Whirlpool und hinten ist sogar nochmal ein separate Torbette. Und Dusche hat man mit dabei. Was ist hier drin? Ach, das ist der Begeber-Kleiderschrank. Ich halte mal auf. Das ist ganz nett, vielen Dank. Gerne, die ist bloß nicht so einfach. Oh, dann müssen wir ein bisschen Oberarme. Ja, genau. Hier haben wir zwei Bette. Separates Schlafzimmer mit tollen Liegen auf dem Balkon. Flatscreen. Und hier drinnen ist wieder die Suite, wo wir dann wieder zwei Betten ausziehen können. Und hier hast du dann ein Vierbett und hast da eine Matze. Und hier haben wir dann eine Minibar mit einem Kaffeeautomat. Machen wir mal das Ding da unter. Und hier haben wir dann auch schön eine Minibar mit drinnen dabei. Mit allem, was man braucht. Super lecker. Bier, Cola, Pfandau, Wasser, Schnäppchen. Danke. Danke.